Und ich starte einfach jetzt schon mal auf Aufnahme, mal gucken, wann ich irgendwas mache. Also ich hab keinem was da tun. Kann man irgendwie Freunde einladen, irgendwie? Also ich hab... Mir passiert nix. Nicht? Ach da, achso. Ich muss weiter drücken. Ja. Jetzt seh ich mal Level 1, bin XB 100. Ah, ich hab kein Geld. Bei Optionen und dann bei... Ich weiß gar nicht, was es jetzt ist. Also bei anderes, dann kannst du die Sprache keine Gummistellen. Was ist Grad? Achso, Fahrrad und Grad zählt. Achso, ich dachte, das ist dafür ne Sprache. Was ist grad? Boah, man kann sich ducken. Du bist gespawnt bei mir! Ich bin hier. Bin ich... Bin ich hier hier? Ja, du bist hier hier. Du bist hier hier. Du warst voll im Weg. Ich kann nicht aufbereit sein, weil dein Kopf im Weg war. So, ich fähre jetzt auf Start, ja? Oh Gott. Oh, oh. Was hast du grad gedrückt? Weiß ich nicht. L, Ö, K, J. J! Mit J kannst du irgendwas machen. Kapitel. Oh ja. Alles klar. Alles klar. H, G, F, D, A, S, D, Y, X, C. T. V. N, M. R. R? Ist es R? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y. X. Ich will dich hören können. C. Ne. V. V. V? Ja, V. Oh Gott. Hörst du mich? Okay. Hörst du mich? Hörst du mich? Hörst du mich ingame? Bist du grad ingame oder Discord? Ich bin ingame. Alles klar. Sehr schön. Ich hab mal vier gedrückt. Ich hab mal vier gedrückt. Ich halt... Muss ich vier gedrückt halten? Äh, V gedrückt halten? Ich weiß es nicht. Hörst du mich noch? Hörst du mich noch? Hörst du mich noch? Hörst du mich jetzt? Ich hör dich jetzt. Alles... Alles klar, du musst halten. Okay, was... Was sind das denn für die Geräte? Kann ich die wie nehmen? Mit E. Alles klar. Ich nehm jetzt mal zwei... Kann man an und ausmachen? Der mit deinem Kopf dran geht! Der hat mir das zugemachen! Guck mal! Ich hab's genommen! Was war mit denn hier schönes? Äh... Mh... Muss man jemanden mit dem Kontrollen machen? Alles ordentlich sauber gemacht hier? Ja... Was ist das für ein Gerät? Hä? Hähn noch! Schlüssel nehmen? Oh, ich hab die Schlüssel vom Auto. Wie du hörst du? Ziel 2 fotografieren. Ich kriege das Wasser an deinem Waschbecken. Mh, wie guck! Das ist ein Rückenschmerz! Ich will dich, ich will das aussehen! Oh, ich bin! Du... 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 Scheiße, Mann! Das ist so viel Schock! Das da... Ich hab so Bauchschmerz. Diese Yogi-Yoka-Karten oder so. Wenn du es hinweist, hier sind die Yogi-Yoka-Karten oder so. Hier, mach ich ein bisschen sauber, hier. Hier, sauber mach alles. Oh, da war ein Geräusch. Hast du ein Foto gemacht? Hast du ein Foto gemacht von mir? Ja. Warte, wie geht denn das hier auf? Kannst du irgendwie... Ey, du hast doch einen Schlüssel aufgesammelt. Wie geht denn das hier auf? Wenn wir hier mal ein bisschen vorankommen. Ich hab ja keiner, was passiert... Das ist eine gute Frage. Ich kann nichts machen. Oh! Oh! Ich kann was machen! Okay. It's open. Warte, ich muss mir eine Tasse anziehen. Okay. Wie heißt das Mensch überhaupt? Gute Frage. Wie heißt er? Sandra Moore. Sandra Moore! Sandra Moore! Das ist keine gute Idee. Ich hab gehört so gut an... Sandra Moore! Wir kommen! Meinst du's pink? Meinst du's pink? Wieso bin ich schwul? Welcome! Wir müssen die Tasse dann veranlassen. Oh. Das ist, glaube ich, gut. Okay, dann sehen wir nichts. Achso, du hast Schlüssel. Du kannst aufmachen. Oh. Bei mir ist ein Schloss da. Wie kann ich aufmachen? Oh, ist auf. Oh! Oh! Ich fühle mich jetzt schon sehr unwohl in diesem Gebäude. Ach, du Scheiße. Geh mal ins Schlafzimmer. Ents Badezimmer meine ich. Ents Kinderzimmer, hier sind irgendwelche Plüschtiere. Badezimmer ist creepy. Du bist in der Wand. Oh. Was machst du in der Wand? Ich weiß es... Weiß ich nicht. Du bist in... Du bist ein... Ist das bescheuert? Okay, was muss man machen? Ähm. Ich habe keine Ahnung. Die Ziele standen im Auto. Alles klar. Das ist gut. Wo sind wir? Hier ist das Kinderzimmer. Kannst denn das nicht größer machen? Oh Gott. Ich glaube, wir sollen dreckiges Wasser am Waschbecken fotografieren. Alles gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück zum Waschbecken. Die Kamera ist auch absolut im Auto. Also alles gut. Was ist denn hier hinter? Ist das Waschbecken voll mit Dreckwasser? Ne. Oh, so ein schönes Schlafzimmer. Ich kann es aber anmachen. Dann ist es voll mit Dreckwasser. Okay. Oh Gott. Das spielt gruselig. Kannst du überlaufen? Ach, darfst du. Das ist eine gute Frage. Sieht aus, ne? Ne. Ja. Am besten, wir lassen das laufen ein bisschen. Hör! Was, du hörst? Ja. Ich habe ausgemacht, ja. Okay, da war so ein lautes Geräusch. Da ist die Steuerung noch nicht so ganz drauf. Hier ist das Wohnzimmer. Was war das? Hä? Ich bin mir ziemlich sicher. Ich habe gerade irgendein Geräusch gehört, was nicht von uns kam. Hä? Ich bin hier. Das war ein unbekanntes Geräusch in der Umgebung. Also hier ist... Lichter funktionieren nicht. Die haben ihre Stromrechnung nicht bezahlt. Das ist schlecht. Geht die Fernbedienung? Ne. Oh, da bist du okay. Warte mal hier, Milch. Game Changer. Das ist ja... Ach so. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Äh, hier. Question Mark, nimmst du auch auf? Ja. Das ist ja witzig. Ich bin gerade im Keller. Ich bin im Waschraum. Oh Gott, du bist leise. Ich habe eine Tür knatschen gehört. Oh Gott, ich bin gegen die Fliegenfalle gelaufen. Ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken. Da hängen so Dosen von der Decke hingelaufen. Ich glaube, ich fühle mich im Keller bei dir sicherer als alleine im Haus. Ja, guck mal hier, warte. Siehst du mich? Hier. Da hängt die Dose. Oh je. Das ist eine Puppe. Puppe. Vielleicht gehört diese Puppe Sandra Moore. Ja, Moore. Moore. Oh Gott. Die englische Sprache wird nicht beherrscht. Was ist denn hier noch? Das Esszimmer. Und eine Küche. Ich frage mich, warum Leute sich solche Vasen kaufen. Ich finde die echt nicht schön. Ich verstehe auch gar nicht, warum da so viel Wasser rein soll für eine Blume. Warum stehen die Kerzen nicht mittig von der Vase auf dem Tisch? Da war noch ein Schlüssel. Garden in Style. Da war noch ein Schlüssel. Wo? Ich habe ihn aufgesammelt. Ah, okay. Das heißt, es gibt vielleicht nur abgeschlossene Türen vielleicht? Kann sein. Was ist hier? Das ist der Waschraum. Und die Garage. Hallo. Hier ist ein Waschbecken. Würde ich gerne mal anmachen. Geht das an? Ist da Dreckwasser drin? Es würde dreckig werden, wenn es da Wasser gäbe. Aber... Das sieht zumindest dreckig aus. Wie geht denn das an? Geht nicht bei mir. Ja, geht auch nicht. Das ist einfach kaputt oder so. Könnte ich das hier aufmachen? Hier liegt noch ein Schlüssel. Das stimmt. Ich habe ihn. Vielleicht das Autoschlüssel, das wir abholen können? Ne. Hier. Ah. Ich habe Strom angemacht. Oh, wir haben Licht jetzt. Okay, pass mal auf. Jetzt such mal die ganzen Lichtschalter. Ich weiß gar nicht, aber Licht wollen. Ich schon. Aber ich glaube, wir sollten es anmachen. Ich will mir ziemlich sicher, ich Licht anhaben will. Die Stromrechnung ist doch da. Er war nur... Oh. Oh Gott, oh Gott. Das ist gar nicht beunruhigend. Okay, jetzt... Hier ist noch ein Raum, in dem wir, glaube ich, noch nicht waren. Ein Gamingzimmer oder was? Nee, noch ein Schlafzimmer. Also ich habe hier ein paar Kartons und Schuhe. Okay, doki. Hä? Oh, oh. Hast du ausgemacht? Nee. Oh, nee. Kann man das hier anmachen? Nee, auch nicht. So, wir gehen jetzt nochmal an und machen das Licht an, würde ich sagen, oder? Okay. Also, ich hätte nichts vergeben, wenn du vorgehst. Nee, 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 nee. Okay, okay. Ich fühle mich hier wohl. Am Ende ist es egal, ob ich von hinten oder von vorne abgetötet werde. So, bleib mal an hier. Da ist es wieder. Gott sei Dank. Ich spüre in diesem Raum böse Schwingungen. Aber am ganz oben ist es jetzt wieder dunkel. Lassen wir es am besten auf. Das ist ein Hammer. Kann ich damit interagieren? Nein. Was? Ich höre ein Geräusch. Ja, so ein Störgeräusch. Ja. Das kommt von dem Raum nebenan. Das kommt von dem Pinsel da. Da läuft irgendwas. Oh Gott. Ich lasse uns auf den Grund gehen. Ja. Okay, ich soll vorgehen. Ich merke schon. Ich bin vorhin vorgegangen. Mein Licht ist lila. Dein lila Licht hat mich gerade erschrocken. Oh Gott. Entschuldigung. Ist das Wasser jetzt dreckig? Ich gucke. Nee. Hier ist der Gaming-Computer. Ich habe das Geräusch weggemacht. Was war das? Es war ein Decker. Hier ist irgendwie Nebel. Ey, mein Atem ist hier so komisch. Hier ist so ein wichtiger Raum. Wie mache ich denn da? Was muss ich denn jetzt machen? Oh ja, stimmt. Das ist, glaube ich, wirklich... Ich glaube, wenn hier jetzt jemand allein drin ist, dann geht ab. Alles... Warte. Ich melde mich freiwillig als weggehen. Nein! Äh, hier. Äh, hallo. Ich kann reden. Mit ihm. Warte mal, ich kommuniziere. Hallo. Noch da? Ich bin noch da. Okay. Es wäre gelogen, wenn ich sage, ich hätte keine Angst. Ich habe irgendeine Telefon-Vibration gehört. Ja, die kommen von dem Raum. Das war jetzt wieder an. Muss man nicht hier irgendwas machen jetzt in dem Raum? Ich habe absolut keine Ahnung. Ach, man kann das aufmachen. Ich habe Angst. Dieser Raum ist gruselig. Ich höre Musik. Ich höre Musik. Janik, ich höre Musik. Hilfe. Ich höre sie auch. Oh, 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 oh. Die Lampe flackert. Das bist du, glaube ich, oder? Ich höre ihn laufen. Ich habe meine ausgemacht. Ich höre ihn laufen. Ich auch. Ich bin neben dir. Ah, nee. Es war eine schöne Zeit mit dir. Ja. Halt die Fresse bloß. Ist es vorbei? Ich weiß es nicht. Ich habe zu sehr Angst, um zu überprüfen. Wir wohnen jetzt einfach hier. Ich bin froh, dass ich den Namen vergessen habe. Wie finden wir Essen in diesem Wannschrank? Warte, kann ich kommunizieren mit dem Gerät? Warte mal. Hörst du auf Waschbecken? Ja, schon die ganze Zeit. Aber jetzt habe ich das Gerät, was so ein bisschen Geräusch macht. Was ich habe. Kann ich jetzt irgendwie reden? Ich kann das ausmachen. Was machst du? Schritte. Oh nein. Hilfe. Wie wollen wir denn so jemals wieder nach Hause finden? Zum Auto. Oh nein. Das ist eindeutig ein Poltergeist. Sie sollten nicht wissen, dass wir hier sind. Ehrlich, das ist eindeutig. Du gehst. Mein Spiel ist abgestürzt. Mein Spiel ist tot. Das ist nicht sehr schön für mich. Das Spiel ist tot bei mir. Es ist einfach weg. Du warst plötzlich weg. Und ich bin auch letztlich alleine im Anschrank. Die Taschenlampe war aus. Ich habe es erst nicht bemerkt. Jetzt ist er auf der Schwung. Warum war das Spiel denn tot bei dir? Na, ich habe es einfach so zücht gemacht und raus. What the fuck? Das war schon ganz schön gruselig, du. Ja. Also, ey. Ich will davon noch eine Runde. Okay, ich starte es. Ich, ich mache wieder nur den Game. Also, der fuck, das Spiel ist cool eigentlich.